Willkommen zu einer neuen Runde Millicraft. Wir arbeiten weiter am Türmchen, an unserem Schädeltürmchen. Okay, jetzt dachte ich gerade, das ist ein Fehler, aber alles gut. So, also hier brauchen wir definitiv auch Diorit. Achso, die zwei Blöcke würde ich hier noch einsetzen. Ich glaube, den werden wir auch weghauen und dann dafür eine Treppe einsetzen. Hm, das sieht doof aus. Okay, dann müssen wir definitiv hier auch das so machen. Da fällt mir gerade noch was ein. Kriegen wir das überhaupt für Good Exit jetzt? So sieht das ein bisschen angenehmer aus tatsächlich. Machen wir am besten auch an jeder Etage. Achso, das ist natürlich jetzt nur ungünstig hier, ne? Und das sieht man. Okay, wir müssen also definitiv hier bleiben. Das wird interessant hier. So, das Problem ist hier auch wieder hier geben. Okay, machen wir uns erstmal an die Küche. So, ich denke mal das reicht. Wolle, 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 wolle. Ne, das können wir gar nicht so. Wir müssen so arbeiten. Oder? So geht's auch okay. Wir müssen jetzt mal auf den Küche. Dann machen wir uns so. Zack Zack Zack. Da sind wir auch noch noch gegen die Küche. Lalalala, lalalala... Jut. Fuck, dann müssen wir uns noch ein bisschen drum kümmern. Ich denke mal jetzt wird es im Schlausten hier mal mit Zöllen auch anzufangen. Ich stossiere dich dazu und das so kümmern. Ich denke mal, wir müssen uns noch ein bisschen drum kümmern. Hm, so ganz zufrieden bin ich da tatsächlich noch nicht mit. Wir sagen was, wenn man hier jetzt wieder eins auch runterfallen könnte, wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Für diese Etagen ist das quasi okay. Hm, 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 hm. Wo machen wir eigentlich die Schlafetage hin? Ich finde die wäre vielleicht ganz angebracht. Andererseits... Schwierig gerade. Oder tatsächlich die. Und dann muss ich vielleicht noch ein bisschen anders bohren. Ja, jetzt hören wir uns... Ja, aber... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich spiegere da noch so ein bisschen rum, weil ich mit dem Zählen schlüssig bin. Da stützt es nicht richtig auf. Da könnte man theoretisch wieder sagen, man haut ganze Blöcke auf. Na, verdammt. Zählen. Mal gucken, ob das klappt. So hundertprozentig zufrieden bin ich nicht, aber es geht erstmal. Oh. Aber was könnte man denn je noch hinmachen? Spartanisch einfach vielleicht das Ganze auch lassen? Nach einer Rüstung oder sowas? Oder Gemälde können da auf jeden Fall noch hin. Eventuell machen wir hier auch Lava drauf. Mal gucken. So, dann haben wir eigentlich hier auch schon mal was geschafft. 6 Zäune. Sieht doof aus, wenn doch dieses Grau hervorscheint. Machen wir jetzt so. Zack. Problem gelöst. Zum Glück ist der Sturm, ey. Na gut, folgen Päuschen. Spitz, bedanke mich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020